Hallo! Wo sind wir denn heute hier? Die Urban Culture Days in Quebec 2022. Und was geht hier so tolles? Ja, hier haben wir gerade Workshops, wie ihr hören könnt, das ist das Lunch. Drüben bei uns im Saal 1 und da wird schon auch im Haus getanzt und im Tanzsaal ist Alex mit Hip Hop Foundation. Das habt ihr schon gerade gesehen, ne? Gut, weiter geht's zum Programm. Wie gefällt es euch hier? Echt gut. Super. Welchen Workshop besucht ihr? Also den hier auf DSD. Ja, den hier. Die Leute im Video erkennen das nicht. Du musst schon sagen, was hier unterrichtet wird. Ja, also den Hip Hop Foundation Workshop und danach noch bei Domi am Vollgang. Absolut, bei Domi sehen wir uns. Bis später. Bis später. Bis zum nächsten Mal. 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 Guten Abend. Namaste.